Es ist Zeit, dass ich spreche. Sie meinen, Sie kennen mich. Sie haben nicht die leiseste Ahnung. Natürlich geht es nicht um mich persönlich. Sie kennen meinen Namen nicht und ich werde ihnen auch niemals mitteilen. Ihre Unkenntnis umgibt mich wie ein schützender Tarnmantel. Ich spreche mit Ihnen. Nein, bloß zu Ihnen. Sie können mir nicht antworten. Ich spreche mit Ihnen als Vertreter einer kleinen, erlesenen Gruppe. Ich spreche auch zu den anderen Vertretern dieser Gruppe. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich hatte nie das Glück, einem davon zu begegnen. Wir kennen einander nicht. Wir leben in aufgezwungener Einsamkeit. Es gibt nichts, das uns zueinander führt. Und selbst wenn zwei von uns einander treffen, erfahren sie das Entscheidende nicht. Also, die Zeit des Bekenntnisses. Und bekennen werde ich, oder einfacher gesagt, endlich die Wahrheit sagen. In der Sicherheit meiner Maske, meiner Anonymität. Und mehr noch, ich bin nicht bloß anonym, sondern geborgen im Anschein der Fiktion. Irgendein Autor wird das hier unter seinem Namen veröffentlichen. Und irgendein Darsteller wird es vielleicht unter dessen oder unter seinem Namen vorlesen oder spielen. Es kann nicht ausbleiben, dass man mich für die Erfindung dieses Autors hält. Eine wenig glaubhafte und leicht überzogene Erfindung. Sie hören mich, als würden sie niemanden hören, als wären da Worte, aber kein Sprecher. Ihre Ignoranz schützt mich. Denn, merken sie es, selbst dass ich meine Strategie offenlege, bringt sie nicht dazu, ihr Vorurteil fallen zu lassen. Sie halten auch das noch für eine literarische Wendung. Und selbst dieser Hinweis bringt sie nicht zum Zweifeln. Nein, dass es mich gibt, ist ganz unmöglich, nicht wahr? Sehen Sie, das meine ich. Ich bin in Sicherheit. Ich bin eigentlich ein Mensch wie die meisten. Wenn ich hier Nachbar wäre, würde ich Ihnen gar nicht auffallen. Ich habe einen angesehenen Handwerksberuf, der mir erstaunlich viel Geld einbringt. Ich habe eine hässliche Frau und zwei bestürzend dumme Kinder. Zwei Autos und ein teures, bedrückendes Haus mit mehreren Fenstern, einem schmalen Balkon, einem kleinen Garten mit Unkraut verpestetem Rasen und zwei viereckigen Rosenbeeten. Abends komme ich heim, höre mir die Erzählungen der Kinder an, mache Feuer in unserem spießigen Kamin und wie herrlich die Flammen tanzen, gelb und rot und heiß und wie sie rascheln, wie zerknitterndes Papier und knistern, als wollten sie das Haus fressen, vertilgen, endlich vertilgen. Also ich mache Feuer, glotze in den Fernseher, gehe schlafen an der Seite meiner schwer atmenden, mich schmähenden, mich verschmähenden, mir angetrauten Frau. Ein paar Tabletten helfen und führen mich aus einer kleinen Dunkelheit in eine größere. Am nächsten Morgen stehe ich auf, trinke Kaffee und mustere die Kinder. In meiner Firma erwarten mich dann zwei Vorgesetzte und vier Untergebene. Kein übles Mengenverhältnis. Ich mag meine Arbeit. Ich würde keine andere wollen. Ich schreibe ein paar Geschäftsbriefe und dann setze ich mich in eins unserer drei Firmenautos und mache mich auf den Weg. Ja, ich komme viel rum. Und ich werde erwartet. Menschen stehen vor den Wohnungs- und Häusertüren. Sie brauchen mich und sie warten auf mich. Denn in ihren Wohnungen stehen stumme Sklaven, die ich und nur ich aus feindseligem Schlaf erwecken kann. Sie vermuten es schon, ja? Richtig. Ich bin der Elektriker. Firma Börstenmann, spezialisiert auf Fernseher, Radios, Satellitenantennen. Sie brauchen nicht dem Branchenverzeichnis nachzuschauen. Der Name Börstenmann ist natürlich erfunden. Aber in Silbenzahl und Klang entspricht er dem Echten. Das ist ein florierendes Unternehmen. Ich durchquere fremde Wohnzimmer. Ich achte immer sehr darauf, dass meine Schuhe immer schmutzig sind. Ich hinterlasse gern meine Abdrücke auf ihren Teppichen. Ich klettere auf fremde Dächer, montiere Satellitenantennen, die wie fette Parasiten an der Schwerkraft des Planeten hängen. Ich sehe mir die Häuser gut an. Und ich merke mir die Details. Und in geeigneten Momenten, und es gibt sie immer, schleiche ich in die Flure, nehme die Hausschlüssel, die an immer gleichen bunten Bändchen neben den Türen hängen, und drücke sie zärtlich in eine weiche Wachskugel. Ich habe schon eine ansehnliche Sammlung. Später mache ich Kontrollanrufe. Immer wieder, in kleinen, regelmäßigen Abständen. Wenn mehrmals keiner zu Hause ist, erhöhe ich die Häufigkeit. Und meldet sich um Mitternacht, um 5 Uhr morgens, vormittags, nachmittags und abends niemand. Dann fahre ich los und inspiziere Briefkasten und Mülltonne. Wenn alles übereinstimmt, alle sicheren Zeichen der Abwesenheit, sie müssen immer verreisen an stinkende Strände und faulige Meere, dann komme ich wieder. In der Nacht. Haben Sie eigentlich ein Haus oder eine Wohnung? Sicher doch. Dann kennen Sie mich. Ich bin der aus Ihrem Albtraum. Nein, nein, nicht doch. Nicht der Einbrecher. Kein maskierter Dieb. Nein, Sie enttäuschen mich. Fällt Ihnen nichts Schlimmeres ein? Ich komme gegen drei. Schließe die Tür auf, mache Licht und trete ein. Ich habe einen großen Kanister Kerosin dabei, ein bisschen billigen Sprengstoff und einen einfach gebauten Zeitzünder. Der Kanister wird ausgeleert. Ich tränke die Teppiche, die vor allem, die Betttücher, die Vorhänge, bis alle Fasern vollgesogen sind, fett und satt. Ich übergieße den Fernseher, den ich selbst angeschlossen habe, den Esstisch aus Ebenholz, den netten antiken Schrank mit dem guten Porzellan und der scharfe, leicht süßliche Zuckergeruch des Brennstoffs durchzieht die Räume. Sein tiefes, zufriedenes Glucksen, auch die Bücherregale, auch die Schreibmaschine, die Küche und das Bad, die Handtücher. Ich habe Übung. Es dauert nie länger als eine Viertelstunde. Dann bringe ich den Sprengstoff an. Es ist wenig. Ich brauche nur eine ganz kleine und zahme Explosion, ein Hüsteln bloß, sozusagen ein Streichholz. Dann stelle ich die Uhr des Zünders, eine simple Küchenuhr, gefertigt zum Eierkochen, auf fünf Minuten und schalte sie ein. Dann beginnt eine lange Minute. 60 Sekunden bleibe ich noch und betrachte das Zimmer, all die festen, zum letzten Mal festen Gegenstände, so nah an ihrer Zerstörung, dass sie vor meinen Augen schon zur Erinnerung werden. Eine Wanduhr tickt. Ihre Zeiger werden die nächste Goldziffer nicht mehr erreichen. Ihr Pendel wird schmelzen. Ich atme ein und aus und ein, den Geruch nahe Vernichtung. Dann, ohne Eile, wende ich mich ab, betaste im Vorbeigehen noch eine Kommode, die Tapete, einen feuchten Vorhang oder die Wand. So fest, so kühl, so real, scheinbar und doch näher am Traum. Niemand nach mir wird sie mir anfassen. Die Tür fällt hinter mir ins Schloss. Noch gute drei Minuten. Die Straßen sind totenstill um diese Zeit. Der Himmel ist schwarz, im Frühsommer schon etwas grau am Horizont. Kein Fenster hat Licht, nur die Straßenlaternen glänzen pflichtgemäß. Autos schlafen auf den Parkplätzen, in der Ferne brummen Motoren. Aber nicht hier, nicht hier. Vielleicht blinkt ein Flugzeug am Himmel. Und es ist still. Und ich stehe da und fühle den leichten Wind, den Geruch der späten Nacht. Und ich horche auf meinen Pulsschlag, den Takt prickelnder Erwartungen in mir. Ich presse die Lippen zusammen, um nicht laut zu lachen vor Aufregung. Noch immer ist alles still, aber gleich, gleich. Die Explosion ist nicht laut. Hier draußen hört man sie kaum. Ein Poltern bloß, als wäre ein Kochtopf zu Boden gefallen oder eine schwere Vase. Dann passiert eine Weile gar nichts. Oder richtiger, es passiert ungesehen im Innern des Hauses und zugleich in meiner flackernden, entfachten Fantasie. Ich kann alles verfolgen. Das Aufleuchten der Explosion im dunklen Zimmer und wie ihr grüner Widerschein über die Möbel fliegt und wie diese plötzlich, als wollten sie das Licht an sich reißen, an drei, fünf, zwölf, zwanzig Stellen in dünne Flammen aufgehen. Die Flammen nähern sich und finden zueinander und sie vereinigen sich. Ein paar Sekunden lang zögert das Feuer noch, es wartet ab, bleibt auf der Stelle und dann, jetzt, macht es sich auf den Weg und kriecht über die Teppiche, klettert an Vorhängen, Regalen, Tischtüchern hinauf und der Raum ist auf einmal so hell, durchtanzt von schwarzen, gezackten Schatten und endlich zittert der erste gelbe Abglanz in den Fenstern. Eine graue Rauchsäule, noch nicht sehr dicht, hebt sich in den Himmel, ein hellerer Schatten vor der hohen Dunkelheit und dann, ping, ein singendes Lachgeräusch und es springt ein und bald noch ein und noch ein Fenster. Flammen strecken sich heraus, fliegen durch die Luft, aufwärts, verlöschen, neue folgen ihnen und der atemlose Prassellärm kommt knisternd und knatternd herüber zu mir, zu mir herüber, denn ich stehe noch da, lausche, sehe, fühle, Wärme schlägt mir in kräftiger werdenden Wellen entgegen, Wellen aus flimmernder, funkentragender Nachtluft und in mir ist ein großes, kaum zu ertragenes Glück, ein Gefühl von, ja, von Tanz und Segen, von Erfüllung. Aber es wird Zeit, wenn die ersten Flammen das Dach erreicht haben, muss ich mich umdrehen und weggehen, langsam, ja, nur nicht laufen. Während ich gehe, die Hände in den Taschen, den Kopf gesenkt, wird die Luft um mich kühler, das Knistern leiser, die Sterne werden wieder sichtbar. Meist höre ich dann schon eine Sirene jaulen, das erste Feuerwehrauto hetzt, gerufen, von einem endlich erwachten Nachbarn herbei. Manchmal bringen es die Feuerwehrleute sogar fertig zu löschen, bevor das ganze Haus ausgebrannt ist, aber meistens nicht. Ich biege um eine und um noch eine dämmerige Straßenecke, mein geparktes Auto erwartet mich. Ich steige ein und fahre nach Hause. Meine Frau wacht auf, wenn ich heimkomme, aber sie fragt nicht, wo ich war. Sie denkt, ich hätte eine heimliche Geliebte, das dumme Schaf. Ich lege mich hin, schließe die Augen und bin ein paar Stunden völlig, vollkommen, absolut zufrieden. Das hält noch lange an. Wochen, oft Monate. Und ich fahre umher, mache meine Arbeit, ich installiere Antennen, ich begutachte Häuser und ich wähle das nächste Objekt. Ich mache es nur etwa zweimal im Jahr, nicht viel öfter. Wäre auch gar nicht möglich. Unserer Polizei ist keine große Fähigkeit gegeben, aber selbst ihr könnte der Zusammenhang zwischen Brandstiftungen und Servicebesuchen der Firma Börstenmann auffallen. Nein, es genügt mir. Ich bin nicht maßlos. Ich muss es nicht tun. Ich jetzt wissen Sie es. Ich bin ein Pyromaner. Einer, der das Feuer liebt. Nun ja, so ist es. Ich habe gar nichts gegen das Wort. Pyr, das Feuer. Althochdeutsch Fuir, auch Firo. Altisländisch Fyr. Hethitisch, ja, da staunen Sie. Pachur. Indogermanisch Pevor. Merken Sie, wie jeder dieser Namen vollgesogen ist mit etwas, mit Macht, mit Gefahr. Worte sind nicht zufällig. Oh nein. Fyr, Pachur. Spüren Sie es? Sie spüren es. Sagen Sie es laut. Konzentrieren Sie sich und langsam bekommen Sie eine Ahnung davon, was das ist. Das Feuer. Eine schwache Ahnung. Ein Leben reicht nicht aus, um es auch nur halb zu verstehen. Ich war noch sehr jung. Eine rötliche Ebene umgab mich, streckte sich auf allen Seiten an den Horizont, oben die zu nahe Grenze eines weißen Himmels. Ich ging und auf einmal bekleidete sich der Boden mit Grünzeug, mit Sträuchern, mit Bäumen, hoch und braun und laubbehangen. Es roch nach Reisig, Moos, Fichtennadeln, verwesenem Blattwerk. Vögel stritten sich erregt. Eine eigenartige Spannung zog vorbei, wie bei einem Windstoß. Fliehende Tiere zerbrachen Unterholz. Krähen stoben vor dem Himmel auf. Und dann roch ich es schon und ging weiter der stechend warmen Luft entgegen. Der Wald gab mich frei, weitete sich zur Lichtung. Und drüben, jenseits, auf der anderen Seite, waren die Blätter rot und lebendig. Und Äste brachen und waren Asche, ehe sie noch den Boden erreichten. Und dicker Rauch hob sich schwirrend von Funken zur Sonne. Und dann löste sich das Feuer und raste über das hohe Gras und über die Lichtung auf mich zu. Die Zeit des Bekenntnisses. Na schön, ich gebe es zu, ich habe gelogen. So war es nicht. Ich hatte nie das Glück, einen Waldbrand zu erleben. Aber ich habe mir erlaubt, ihn einen Traum zu schildern. Einen Traum seit meiner Jugend. Einen halblästigen und halb willkommenen Besucher meines Schlafes. Aber anders betrachtet war es gar nicht so falsch, denn es begann tatsächlich so. Mit Träumen. Mit fiebrigen, flackernden, verschwitzten Träumen von Feuer. Von rot- und weißglühender Schönheit. Von Dingen oder Menschen, die langsam vor meinen Augen in Flammen zergingen, von Flammen verspeist wurden. Und dann erwachte ich in meinem halbdunklen Zimmer, zitternd, mit schlagendem Herzen und mit vor Sehnsucht schmerzendem Körper. Keine falschen Schlüsse, ja? Ich hatte eine angenehme Kindheit. Niemand tat mir weh. Meine Eltern liebten, meine Geschwister fürchteten mich. Ich habe auch Freud gelesen und mit Interesse. Und ich kenne Worte wie Psychose und Paraphilie. Aber unterschätzen Sie mich nicht. Nein, nein. Pyromanie ist keine Krankheit. Das genau ist sie. Die Verleumdung. Die Lüge, der wir ausgesetzt sind. Es gab Kulturen und vielleicht waren es die Besten, die das Feuer angebetet haben. Um ganz ehrlich zu sein, ich begreife nicht, wie ein gesunder Verstand etwas anderes anbeten kann. Ich begreife nicht, wie jemals ein Mensch eine bleiche Abstraktion oder irgendeinen klobigen Gegenstand für der Anbetung würdiger, der Göttlichkeit verwandter halten könnte, als Pachur, Führ, den spitzen, tödlichen Lauf einer Flamme am Streichholz entlang. Es hat angefangen mit schüchternen Experimenten. Ein kleines Häufchen Stroh entzündet im Brennpunkt einer Briefmarkenlupe. Eine Mischung von Aluminium und Jodpulver. Ein Wassertropfen drauf und husch, das Ganze brennt. Das ist besonders schön, weil man es nicht anzünden muss, weil die Substanz selbst so zauberisch bereitwillig die Flamme hervorbringt. Ein Magnesiumdraht, ein weißes Aufstrahlen. Und es ist nichts mehr übrig. Nichts. Alles Metall ist zu Licht geworden. Und eine Katze, abends am Schwanz angezündet. Ein rennendes, schreiendes, funkenschlagendes Pelzknoll, das sich auf einer Zickzacklinie in die Dämmerung entfernt. Aber davon kam ich ab. Ich bin nicht grausam. Ich habe nicht den Wunsch, jemandem wehzutun. Vor zwei Jahren habe ich in einem Haus eine Großmutter übersehen. 94. In lautlos senilem Schlaf. Ich erfuhr erst am nächsten Tag aus den Nachrichten, dass sie da gewesen war, in irgendeinem nun verkohlten Zimmer. Aber ich kann Fehler eingestehen und bedauern. Wie wird man zum Pyroman? Wie findet man zum Feuer? Nein, es war anders. Das Feuer fand mich, belauerte mich, war gegenwärtig, wartete am Rand meiner Träume, meiner Gedanken. Mit 15 verlor ich meine Jungfräulichkeit. Und mit 16 zündete ich meine erste Hundehütte an. Wollen Sie wissen, welches Erlebnis das größere war? Nun, das eine war bloß eine Hütte, das andere ein Mädchen mit Zahnspange. Und ich war ungeschickt und ohne Übung. Sie grinste silbrig. Die Hütte stürzte ein und erlosch. Die Hälfte blieb stehen, schief, schwarz und leer. Und ich? Ich hatte verstanden. Ich war nie, niemals unvorsichtig. Ich wusste, dass die Gesellschaft mich nicht dulden dürfte, denn täten alle, was ich tue, dann würden keine Häuser mehr stehen. Aber es tun nicht alle. Ich tue es. Ich habe keinem je von meiner Leidenschaft erzählt. Ich spreche jetzt zum ersten Mal davon. Und entschuldigen Sie meine Nervosität. Mit 18 brannte ich meinen ersten Baum ab. Ich entdeckte, dass sie explodieren, wenn die Temperatur ausreicht, weil das Wasser in ihnen verdunstet. Es dehnt sich aus und zerfetzt sie in längliche Bruchstücke entlang ihrer Fasern. Sie sollten das mal sehen. Mit 20 dann mein erstes Auto. Autos sind interessant, denn technisch gesehen reduziert sich das Problem darauf, eine kleine Flamme ins Innere des Benzintanks zu manipulieren, ohne noch von der sich dehnenden Feuerwolke erfasst zu werden. Ich habe mich nur sehr selten verletzt. Bloß zwei oder drei Verbrennungen ersten und nur einmal eine sehr kleine Verbrennung dritten Grades. Die Narbe auf meinem Handrücken sieht aus wie ein kleiner Schnitt. Ich sagte ja schon, ich bin sehr vorsichtig. Bis zu meinem 30. Lebensjahr waren es vor allem Wohnungen. Zunächst im Erdgeschoss. Ich warf explodierende Sprengsätze durch die Fensterscheiben. Primitive Methode, triste Ergebnisse. Die Brände waren unvollkommen laienhaft, schnell gelöscht von grinsenden Feuerwehrleuten. Aber dann arbeitete ich mich hinauf in höhere Stockwerke. Da musste ich dann schon einbrechen und das machte eine Verfeinerung der Technik nötig. Ein Brand wird nicht einfach angezündet, sondern gelegt. Sein Verlauf kann kontrolliert werden. Er kann hierhin und dorthin geführt werden. Und in diesen Jahren habe ich sehr, sehr viel gelernt. Am Schluss war ich so weit, dass ich von der Straße aus beobachten konnte, die Hände in den Taschen, den Kopf in den Nacken gelegt, wie das Feuer aus einem hellen, strahlend hellen Fenster hinauf nach dem hölzernen Dachstuhl griff, tastend zunächst, dann sicherer. Und wie plötzlich auch das Dach, ein Teil des Daches, dann das ganze Feuer an sich zog. Das war ein großer Moment, obwohl ein Löschhubschrauber alles zerstörte. Aber da wußte ich schon, dass ich zu etwas Größerem übergehen musste. Zu Häusern. Zu klotzigen, schweren, die Zerstörung herausfordernden Häusern. Meine Tochter hat mich einmal gefragt, warum wir diese Kanister im Keller hätten. Sie wissen, wie Kinder sind, neugierig, aufmerksam. Ja, sagte ich, warum eigentlich? Dann schlug ich ihr zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Sie starrte mich eine Weile an und beinahe tat sie mir leid. Ich schlage sie sonst eher selten. Sie hat mich nicht mehr gefragt. Und meine Frau lasse ich erst gar nicht in den Keller. Einmal wollte sie hinunter, aber das hat sie nie wieder versucht. Ich habe dort einen kleinen Raum, meine Werkstatt, wo ich die Zünder zusammensetze und mit dem Plastik-Sprengstoff verbinde. Den bekomme ich in kleinen Mengen von einem bestechlichen Unteroffizier. Nichts davon ist schwierig. Jeder könnte das tun. Auch sie. Aber die Moral höre ich sie rufen. Wie kann man denn bloß? Fremdes Eigentum und das alles. Was für ein blöder Einwand. Wer ein Ding anzündet, macht es nicht einfach kaputt. Er erlöst es. Feuer ist nicht tot. Es ist Apotheose. Alles Dasein ist Feuer geboren. Nicht bloß deshalb, weil keine Zelle überleben kann, wenn nicht irgendwo in ihr, und zwar in den Mitochondrien, ich weiß das, eine unaufhörliche Verbrennung stattfindet. Unsichtbar, ohne Flammen, doch wirklich und messbar. Das geheime innere Leben ist Feuer. Es ist der Stoff, aus dem, wenn sie den Ausdruck erlauben, die Seelen bestehen. Die alten Chinesen schrieben dem Menschen zwei davon zu. Eine Blut- und eine Feuerseele. Jene stirbt und zerfällt mit dem Körper. Sie verwest. Diese aber, na was glauben sie? Richtig. Es ist der Urstoff Heraklitz, das allgegenwärtige Element der Alchemisten. Im 18. Jahrhundert stritten sich Forscher darum, ob es einen imponderabilen, gewichtlosen, können sie folgen? Feuer und Lichtstoff gäbe, das Phlogiston. Eine leider ausgestorbene Theorie, aber das macht nichts. Es gibt den Feuerstoff trotzdem. Und sei es nur als lauernde Möglichkeit. Man fühlt ihn unter dem heranziehenden Gewitter. Man erblickt ihn im spitzen Lauf einer Flamme an ihrem Streichholz entlang. Materie, jeder Volksschüler lernt das, ist eine Form von Energie. Von gebundener, festgehaltener, zum Stillsitzen gezwungener Energie. Aber sie will frei sein. Die Geschichte der Zeit ist eine Reise aus dem Zustand geordneter in einen Zustand ungeordneter Energie. Aber was heißt das? Das heißt, dass alles zerfällt. Das heißt, das Weltall ist eine riesige, lodernde Explosion. Jede Form strebt ihre Auflösung zu. Jedes Ding ächzt vor Dankbarkeit, wenn ihm gestattet wird, endlich in Flammen aufzugehen. In diesem Stuhl hier, in den Pflanzen dort draußen, ist eine Sehnsucht zu brennen. Wollen Sie eine Definition? Feuer? Das ist die chemische Ekstase der Welt. Und falls es Sie beruhigt, der Tag wird kommen und bald, an dem ich auch mein eigenes Haus anzünde. Das ist kein Opfer, ganz im Gegenteil. Ich träume davon, in 20 oder mehr Fassungen soll es im unteren Stockwerk beginnen, auf den Blumentapeten und sich über die Spannteppiche und Sofabezüge ausbreiten, hinauf bis in unser sauberes Schlafzimmer mit seinen weißen Betttüchern und meinen gut gebügelten Hemden? Oder umgekehrt? Oder soll es vom Dach ausgehen? Direkt?